Hallo, ich bin Julia und habe Gizermin 21. Aber jede Woche mache ich zweimal Sport in der Verein. Hallo, ich bin der Honor. Ich habe ein leichter mentaler Handicap und ich spiele für die Landesauswahl Baden-Württemberg. Und dieses Jahr holen wir die Titel. Mein Name ist Sebastian. Ich bin Gizermin 21. Ich habe letztes Jahr Beratung gemacht. Er war auf dem Fanshop, hat mir viel Spaß gemacht. Es war aufregend, neue Leute kennenlernen. Er ist super spannend, wow. Hallo, ich bin Mika. Ich bin Tausendturm. Aber ich gehe trotzdem ins Pfingstraining von Haus B. Ich bin der Sascha und habe von Geburt an eine starke Seheinschränkung, was mich jedoch nicht daran hindert, seit mittlerweile 14 Jahren bei den Heimspielen des VfB live mit dabei zu sein, mit coolem sehbehinderten Kommentar die Spiele mitzuverfolgen, gemeinsam den VfB anzufeuern und Siege zu feiern. Hallo, ich bin Aurel. Ich finde Menschen wegen ihrer Behinderung zu diskriminieren, ist einfach verletzend und respektlos. Hallo, ich bin Valdi und kann nur sagen, Teilhabe ist ein Menschenrecht. Alle können sich dafür einsetzen. Hallo, ich bin Atta und ich mache mich gerne stark für Inklusion und Vielfalt. Denn jeder Mensch zählt, egal auf welchem Platz. Zähnen Vielen Dank.